Willkommen zu einem neuen Part von NETZPOLM EXTREME INFORMATION Im letzten wundervollen Part waren wir angekommen In Fluss und Tarnsau schon umgeguckt Das ist der Bereich, wo der Gorilla auf uns die ganze Zeit betrifft und mit uns spielen will Aber ich will nicht mit einem Gorilla spielen Angst! Okay, wir bleiben ganz ruhig Mal schauen, wo wir jetzt starten Ah, in diesem Spinnenhaus Hier Was ist denn das? Achso Ähh Wo sind wir? Wo müssen wir lang? Achso, ja, da draußen ist jetzt irgendwas Stimmt Wir müssen hier auf jeden Fall raus Was? Hallo Lass mich raus Oh Warte mal Pochen Ah, wo bin ich denn? Ah, jetzt sehe ich's mehr, wenn ich stehe So Hm, ich kann ja auch nie lang Wo kann ich denn noch lang? Mal so gefragt Irgendwie Schönen Bis denn Hussch Unbiss Ich bin fast Und wie nur noch hier Okay Kräuter Ist das heißt? Wir haben den Fluss abgeschlossen Ich dachte, der wäre länger Überschreiten Jetzt sind wir auf dem Weg? Das sagt mir jetzt nichts. Was war das für ein Gebiet? Der Weg. 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 Hä? Hä? Hey, das war doch unsere Freundin. Hörst du wieder, hörst du wieder, hörst du wieder, hörst du. Wie, warte mal. Ich habe Angst. Das war unsere Freundin, die wir eigentlich suchen sollten mit dem Mike. Oh, sie leben also noch, aber sie wurden von einer riesigen Spinne attackiert. Oh je, was war also das Gebiet? Boah. Nein. Was riecht denn lang? Also da kann ich nicht lang. Hey, verlaufen mich zu verfolgen. Hau ab. Vielleicht kann ich hier noch? Muss ich jetzt kämpfen? Aua. Boah. Halt, Mann. Hallo. Achso, ich habe Steine. Ich will euch zu verholen, wie viel Geld ist. Vielleicht... Wir haben ja noch ein bisschen was gekriegt. Wurff- Wurff- Wir haben ja nicht die Sandsäcke gekriegt. Lass mich vorbei, Gorilla. Wir sind da so mal hier gefangen, oder? Ich wusste mich gleich noch aus. ... ... Hallo? Wir haben ihn umgebracht. Wir haben ihn erledigt. Ich werbe nicht mehr. Gut, dass wir den Baseballschläger gefunden haben. Wir haben den Gorilla erledigt. Das war das, was wir tun mussten. Jetzt sind auch diese Viecher hier weg. Das ist ja geil. Jetzt sind die weg, diese Falter. Ich sehe zwar nichts, aber egal. Ich kann immer Licht einmachen. Jetzt sind die weg. Jetzt können wir wieder weiter. Wir haben ihn endlich besiegt. Lassen wir es durch. Weg. Und Schock. Und Schock. Hallo. Jetzt spielt das auch schon hier rum. Tja. Unnötig. Bin ich denn? Ich bin hier mal weg. Danke. Geht doch weg. Eurei. Ihr Nerv. Ich finde sie doof nach unten zu schlagen. Was? Ich hab dich besiegt. Was? Ich hab dich besiegt. Hallo? Ich hab dich besiegt. Ich hab dich besiegt. Ich hab dich besiegt. Ameisen. Ameisen. Was macht ihr denn? Wird ihr gefährlich? Ich hab dich besiegt. Beten die diesen Baum mal da an? Nee, die ignorieren mich total. Wegen diesem Baum. Achso, das haben wir in diesem... Boah! Das haben wir ja gelesen in diesem... Einem... Zettel, dass da... Tompenaumeisen sind. Und... Oh. Die... Den Honig haben. Sie haben den... Sie haben Honig abgestrichen. Und was bringt mir das? Hm. Wer weiß. So ein Honig... So ein Honigglas aus dem Safe geholt. Und... Boah. Äh... Finden wir vielleicht hier mehr? Ist das wieder so ein Viech? Ich lass das mal in Ruhe. Es explodiert. Hallo? Was sind das für seltsame Viecher? Ich hab noch niemals ein... Ein Tier gesehen. Nur es explodiert. Honig steigen. Kann man überall Honig steigen? So... Der Weg ist... Bisher sehr einheitlich gehalten. Und... Irgendwie sind die Gefahren in den Grenzen. Ah, da ist der Punkt. Wollte ich grad fragen, wo wir eigentlich hin müssen. So. Alles gut. Ich glaub wir müssen erstmal zu dieser Spinne hin. Die wir gesehen haben. Die wir gesehen haben. BAH! Okay, jetzt ignorieren sie mich nicht, weil hier kein Honig ist. Vielleicht sollte ich was essen. Vielleicht solltest du das tun. Oh, das ist vom Spiel. Das ist ja nervig. Du isst was, mein Freund. Und Kupferstecher. Und Kupferstecher. Äh... Wie ist das? Und jetzt halt mal so ne Orange. Ja, dann nehm ich mir für andere Dinge auf. Wie zum Beispiel Boss Kämpfe. Was ist das hier denn? Das ist ja ein seltsamer Schlangenförmiger Weg, ey. Der Entwickler hat eine lange Weile oder was? Haha. Nicht so. Hey, noch ne Orange. Ich geb her. I love it. So. Viel zu groß dieser Raum. Aha. Ich glaub nicht mehr. Alter. Und... Start! Ah, Mist! Ey! Ey, da muss ich hin! Bin ich jetzt tot? Nein! Nein! Das haben wir ja noch niemals gesehen. Wo fangen wir denn jetzt wieder an? Pass mal auf. Ich hab da so ne Vermutung. Letzter Speicherpunkt. Nein! Sie sind gnädig mit uns! So. Aha. Gut. Gut, gut, gut. Vielleicht sollten wir jeden einzelnen Baum streicheln. Und schon ist gut. Vielleicht sollten wir das wirklich tun. Oder... Ich gucke mal, was dieser Honig bringt. Ist das ein Objekt der Honig? Tataata. Was macht denn der? Jenseits des Verfalltsdatums. Der Honig ist abgelaufen. Hier. Keine Ahnung. Das geht nicht. Hallo. Du solltest aufhören. Was machst du da? Einsthaft. Das Nunchock übernimmt die Kontrolle über die Bi-Verbindung. Ich werde wahnsinnig. Sie haben Honig dahin gemacht. Oh, Nunchock! Das ist doch echt nicht zum Aushalten. Irgendwas ist doch hier faul. Halt! Du isst was! Also an diesen Baum, da können wir nicht weiter. Da brauchen wir irgendetwas Exklusives. Und da die nicht wollen. Ich bin komplett falsch. Und da die Ameisen aber nicht wollen, können wir da nichts ändern. So. Das sieht schon besser aus. Sehr schön. So ging das, okay. Ich habe nicht nur gerollt. Ich habe gar nicht die Waffe gewechselt. What the hell is going on? Ich bin Sonic. Ich bin Sonic. Ich bin Sonic. Ich ziehe das nicht in Ruhe. Weg da. Ich bin Sonic. Ich bin Sonic. Okay. Ich bin Sonic. Ich hab's geahnt. Steinsdorf ist zwei Meter weiter... Oh Gott, oh Mann! Wie soll ich denn jetzt? Und jetzt? Ah, komm, geh alle her. Kann ich da Bauch streichen? Kann ich den Bauch streichen? Jetzt, halt doch mal den Mund! Nun, Schock! Ist was. Alter! Okay, ich kann da nicht lang. Ah, nur ein Schock! Oh, mein Gott, fällt ganz schön viel auf. So. Ist mir jetzt scheißegal! Kann ich das streicheln? Los! Mann! Unmöglich! Hier, du explodierst! Schau dich! Kannst du mal explodieren? Nö, irgendwie nicht! Oh Mann! Scheiß für ein Schaden! So ein Scheiß! So ein Scheiß! Oh echt! Schau dich! Macht einfach von alleine das Licht aus! What the hell! Wieso ist das? Oh ja! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh! Oh, mein Gott! geschafft. Masenschnell! Äh, Sumpf! Nein! Ich hab Angst vor dem Sumpf. Oh nein! Äh, äh, äh! Äh, äh! Was ist hier denn das Lott? Pia-tsch! Äh, was? Uh, das versperrt mir dann, hey! Naja, es wird doch nichts. Ich kann's schauen. Eine normale Waffe richtet gegen ein Nest dieser Größen nichts aus. Äh, das... Ich hab aber keine... andere... Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin ein Fehler. Ich hab jetzt versorgt. So... HAYER! 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 Was? Was? Muss ich einen von diesen Ameisen trunken geben, oder was? Oh nein! Nein! Ich weiß, was man braucht. Hm... GRANATO! Aber die Granaten kriegt man... ...doch... Irgendwo hier. Äh... ...Oh nö. Oh nö! Wir brauchen da Granaten, dann können wir da weiter. Aber ich weiß nicht mehr, Roman die bekommen hat. Granato, NATO, Grananato, Explodiero. Könnt ihr nicht einfach explodieren? Nö, irgendwie nicht. Gebrauchen wir nämlich ebenfalls Granaten. Nee, die nützt mir sowas. Jetzt kommen die wieder an. Los zum Baum und den Baum streicheln. Streichel, streichel. So sumpfig. Ja, wir haben ein Problem. Kriegen wir jetzt Granaten her? Äh, kann ich euch tot machen? Schlag doch mal nach unten, du Ruhe. Du sollst nach unten schlagen. Wie ging denn das? Au. Ich dachte, ihr streichelt den Baum. Ey, ihr sollt den Baum küssen. Küssen. Ah, Mist. Ja, so fühle ich mich. Ey, ey. Ja, nur glaubt. Ich werde dich jetzt nicht heilen. Du wirst durchhalten, mein Freund. Das ist doch scheiße. Was ist das? Ich hasse diesen Bereich. Ich glaub, wir können die Ameisenbomben irgendwie nehmen. Ja, es war irgendwie. Man kann die Ameisenbomben tragen. Aber. Wie? Man musste die irgendwie schlagen. Dann sind die zu einer Leiche geworden. Und dann. Boah. Ah, ich hab ne Idee. Wir streicheln den Baum. Das streichen. Ich nenn's jetzt einfach nur streicheln. Und dann kommen die ja hier alle an. Jetzt kommt alle an. Jetzt kommen. So, dann gehen wir zu dem Baum. Nee. Nee, die macht den Baum. Nee, irgendwie. Das sind Sektizien. Boah. Das geht doch schnell weg. Hey, weh. Jetzt kommt doch mal her. Als ich das hier mal reinlaufen muss. Und jetzt? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay. Genau. Und dann können wir die nehmen. Verdammt, ja. Genau. Das darf natürlich nicht passieren. Brauch aber mehr als zwei. Genau dafür haben wir dieses Insektizid. So, jetzt können wir die nehmen. Und schon haben wir bunten. Verdammt, ja. Da brauche ich nichts zu sagen. So. Ich gucke mal, wie viel wir jetzt haben. Ich weiß, dass der Part lang ist. Hä? Achso, das ist eine Wurfe. Das sind fünf Stück. Ja. Ganz gut. Los, streichel den Baum. Ich hole mir mal noch welche. Und dann sollten wir weiter gehen können. Das sind wir hier wirklich gleich lang, oder? Ja. Na klar. Wir haben so viele neue Möglichkeiten. So, nicht explodieren. Nur leben. Und leben. Das waren gleich zwei auf einmal, okay? Die waren irgendwie ineinander. Gehen wir mal. Genau so. So. Und jetzt. Gehen wir unten lang. Wo wollen wir lang? Wir können auch zum Nest. Hier kommt Mama Spinne. Weil das der Boss ist, gehe ich jetzt zum Nest. Und beim Nest... Das können wir jetzt runterrühren mit diesen Ameisenbomben. Oh yeah. Ach, wie schön. So. Jetzt verstehe ich auch warum da stets Ameisenbomben finden. So. Aber das machen wir im nächsten Part. Sonst ist der Part nämlich zu lang. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet die ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Da haben wir noch nicht vergessen. Und meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.